Wer mit Baby oder Kleinkind unterwegs ist, sollte auf einige kleine Unpässlichkeiten vorbereitet sein. Ob volle Windel, spontaner Abstecher in die Matschpfütze oder mit Nahrung bekleckerte Kleidung, gut, wenn Wickelausstattung, Ersatzkleidung und Verpflegung zur Hand und hygienisch aufbewahrt sind. Nicht zu vergessen das Lieblingskuscheltier, ohne dass so manches Kind keinen Schritt zurücklegen kann. Hierzu bietet sich ein Wickelrucksack an, der speziell auf diese Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Pomelo Best Wickelrucksack. Der Pomelo Best Wickelrucksack bietet viel Stauraum für Utensilien, die Eltern mit Baby dabei haben sollten. Im Rucksack befindet sich zur besseren Übersichtlichkeit ein Smart Organizer System. Das ist eine übersichtliche Aufteilung der Seitenfächer, in die viele Kleinigkeiten aufnehmen können. Dank der vielen kleinen Aufbewahrungstaschen ist alles wichtige griffbereit, wenn es schnell gehen muss. Egal, ob Strampler, Windel oder Fläschchen, alles ist griffbereit verstaut. Im Innern befindet sich eine Anti-Diebstahltasche, in der Wertsachen einen sicheren Platz finden. Der Wickelrucksack enthält laut Angaben des Herstellers kein gesundheitsschädliches Formaldehyd. Die separate isolierte Tasche für das Fläschchen soll Flüssigkeiten oder Nahrung stundenlang kalt oder warm halten. Der Rucksack besteht aus haltbarem und langlebigem Oxford-Tuchstoff. Er ist gemäß Produktbeschreibung leicht zu reinigen, robust und wasserabweisend. Wird der Wickelrucksack nass, kann er einfach mit einem Tuch abgewischt werden. Das separate Nasstrockenfach ist geeignet, um feuchte Dinge, zum Beispiel einen Waschlappen, eine schmutzige Windel oder einen feuchten Body, separat aufzubewahren. Der Pomelo Best Rucksack ist mit unter einem Kilogramm ein Leichtgewicht. Die Befestigung kann oben am Kinderwagen erfolgen, alternativ ist dank der Gepolchenfach mit Isolation, eine Innentasche für Wertsachen und eine kleine Babytasche auf der Rückseite des Rucksacks. Das zweite Produkt ist die Caslon Multifunktions-Wickelrucksack Pomelo Best Wickelrucksack. Dieser Wickelrucksack ist kompakt und bietet laut Hersteller viel Platz für alles, was Eltern für ihr Baby benötigen. Dazu gehören zum Beispiel Windeln, Spielsachen, Wechselkleidung, Fläschchen, Snacks. Des Weiteren gibt es Stauraum für die eigenen Utensilien wie Handy, Schlüssel und Geldbörse. Der multifunktionale Rucksack ist laut Hersteller so konzipiert, dass alles seinen Platz hat. Zur Verfügung stehen eine separate Schnullertasche, eine Schlüsselschlaufe, 18 Taschen, zwei große Staufächer und fünf isolierte Taschen. Die Wickelauflage ist beim Dicaslon Multifunktionswickelrucksack inklusive. Die Öffnung des Rucksacks ist extra groß gestaltet, was es Eltern ermöglichen soll, auch mit einer Hand alles zu finden. Die glatten SBS-Reißverschlüsse ermöglichen einen schnellen Zugang. Damit die wichtigen Habseligkeiten sicher verstaut sind, gibt es im Innern eine separate Antidiebstahltasche. Praktisch ist der abnehmbare Schnullerhalter, der zwei Schnuller aufnehmen kann. Der Rucksack ist gemäß Produktbeschreibung aus einem strapazierfähigen, wasserdichten und langlebigen Polyestermaterial gefertigt. Das Futter soll auslaufsicher und einfach in der Reinigung sein. Ein extra ist die Wickelunterlage, die sich im Rucksack befindet. Auf der einen Seite befindet sich ein praktisches Steckfach für Windeln, auf der anderen Seite passen beispielsweise Feuchttücher hinein. Das neutrale Design soll dafür sorgen, dass beide Eltern den Wickelrucksack nutzen können. Er ist demnach ebenso als normaler Rucksack verwendbar für Reisen, Ausflüge und Städtetrips. Was ist Oxford Material? Oxford Material ist ein kräftiges Gewebe in Panama-Bindung. Die Optik ist leicht schimmernd. Oxford-Gewebe kann aus Baumwolle oder aus Polyester bestehen. Es ist leicht und wasserabweisend, reißfest und sehr robust. Oxford Material hat schmutzabweisende Eigenschaften und ist gegen viele Beschädigungen resistent. Der nächste Produkt ist Brombeerwickelrucksack. Der Brombeerwickelrucksack ist in schwarz gestaltet. Er ist 25 cm lang und 20,5 cm breit. Seine Höhe beträgt 36 cm. Das Hauptfach des Rucksacks ist mittels eines Reißverschlusses verschließbar. Die Öffnung verfügt über einen Bügel. Er soll dafür sorgen, dass das Hauptfach offen bleibt und die Öffnung nicht zusammenfällt. In dem Hauptfach befinden sich mehrere Innentaschen. Dazu gehören unter anderem isolierte Flaschenhalter, in die gemäß Hersteller die üblichen Flaschen hineinpassen. Darüber hinaus ist der Wickelrucksack von Brombeer mit Seitentaschen ausgerüstet. Sie eignen sich zur Aufbewahrung von Feuchttüchern oder Flaschen. Auf der Vorderseite und der Rückseite verfügt der Rucksack jeweils über ein Reißverschlussfach. Seine Tragegurte sind einstellbar und gepolstert. Laut Hersteller bietet das Modell ein angenehmes Tragegefühl. Zu seinem Lieferumfang gehören. Rechteckige Wickelunterlage. Kleine Tasche zum Verstauen von Wertsachen, Kosmetikartikeln oder anderen kleineren Utensilien. Kinderwagengurte zur Befestigung des Rucksacks an einem Kinderwagen. Was ist ein ergonomisches Design? Ein ergonomisch gestalteter Gegenstand, in diesem Fall ein Rucksack, passt sich dem menschlichen Körper an. Ein Rucksack mit ergonomischem Design ist angenehm zu tragen und verhindert Schmerzen an Schultern und Rücken. Die Tragegurte sind gepolstert und so geformt, dass sie nicht einschneiden oder drücken. Für den Nutzer ist das Tragen angenehm, selbst wenn der Rucksack ein bisschen voller gepackt ist. Der nächste Produkt ist Lässig Wickelrucksack. Bei diesem Hersteller ist der Name Programm, denn der Rucksack sieht laut Amazon-Kunden cool und lässig aus. Die Farbgebung ist neutral grau. Alles am Rucksack ist gemäß Produktbeschreibung durchdacht und funktionell. Im Rucksack befindet sich ein wasserabweisendes Wickelpolster. Es stehen ein isolierter Fläschchenhalter, eine herausnehmbare Gläschenhalterung, eine Kinderwagenbefestigung und eine kleine Utensilientasche zur Verfügung. Das soll für Ordnung und Übersichtlichkeit im Rucksack sorgen. Wer einen nachhaltigen Rucksack sucht, wird hier fündig. Der Lässigrucksack ist laut Hersteller nachhaltig produziert, denn das Material besteht aus 100% recyceltem Polyester. Praktisch sind laut Hersteller die Flexibilität und Kapazität dieses Rucksacks. Dank des Rollback-Systems fasst er im vergrößerten Zustand statt 17,5 im Handumdrehen bis zu 21,8 Litern. Zusammengerollt ist er einfach mit einem Magnetverschluss verschließbar. Eltern müssen den Rucksack nicht jedes Mal von oben öffnen. Wenn es mal schnell gehen muss, ist von der Seite durch den Reißverschluss ein schneller Zugriff nach innen möglich. Vorne am Rucksack befindet sich ein Feuchtfach für Windeln, Waschlappen oder feuchte Kleidungsstücke. Am Rücken verfügt der Rucksack von Lässig über ein Reißverschlussfach. Was ist nachhaltig produziertes Material? Nachhaltig produziert bedeutet, dass das Produkt aus wiederverwertbaren oder nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist. Der Wickelrucksack ist aus recyceltem Polyester der Marke Waste-to-Wear hergestellt. Dafür wurden 38 PET-Flaschen wieder aufbereitet. Das Unternehmen setzt für die Herstellung umweltfreundliche Stoffe ausgebrauchten, recycelten PET-Flaschen ein. Das ermöglicht eine zertifizierte und transparente Wertschöpfungskette. Das soll viel Plastik sparen, was den Ozeanen und der Umwelt zugute kommt. Der nächste Produkt ist Absimples Wickelrucksack Lässig Wickelrucksack. Dieser Wickelrucksack ist gemäß Produktbeschreibung stilvoll im Design und überzeugt mit Benutzerfreundlichkeit, viel Stauraum und geringem Gewicht. Der Absimples Wickelrucksack hat eine Kapazität von 25 Litern und verfügt in Sachen Innenaufteilung neben einem Hauptfach über drei Thermotaschen und elf Fächer. Die Schultergurte sind ergonomisch geformt, was ein einfaches und bequemes Tragen ermöglichen soll. Sie sind extra breit und gepolstert. Der Wickelrucksack ist mit einem praktischen USB-Ladeanschluss ausgestattet. Um diesen zu nutzen, muss der Nutzer eine Powerbank im Rucksack mitführen. Der Wickelrucksack besteht aus strapazierfähigem Oxford-Gewebe in Kombination mit Nylon. Die Nähte sind verstärkt, der Reißverschluss ist laut Hersteller stark und stabil. Das Innenfutter ist strapazierfähig. Der Wickelrucksack ist gemäß Produktangaben robust und lange haltbar. Außen ist der Rucksack mit einem wasserabweisenden Material beschichtet. Der Rucksack ist einfach von Hand abwaschbar. Auf Vorder- und Rückseite befindet sich jeweils eine wasserdichte Tasche, in die nasse Kleidungsstücke oder Windeln passen. An der Vorderseite sind drei isolierte Taschen angebracht, die Platz für jeweils eine Flasche bieten. Was ist eine Thermotasche? Eine Thermotasche oder ein Thermofach-Isolierfach ist mit einem isolierenden Material umgeben. Darin können Eltern zum Beispiel Babyflaschen oder Gläschen, die sie bereits warm gemacht haben, eine Zeit lang warm halten. Ebenso lassen sich kalte Lebensmittel ein paar Stunden lang kühl halten. Unterwegs ist eine Thermotasche daher eine praktische Sache. Der nächste Produkt ist Bertop Wickelrucksack. Der Wickelrucksack von Bertop bietet Platz für Windeln, Spielzeug, Feuchttücher und weitere Utensilien. Er ist 25 cm lang, 16 cm breit und 40 cm hoch. Sein Hauptfach ist laut Hersteller mit einer großen Öffnung versehen. Daneben verfügt der Rucksack über verschiedene weitere Fächer. Hierzu gehören drei Isolierfächer, die sich zum Verstauen von Babyflaschen eignen. Sie sollen die Getränke warm oder kalt halten. Darüber hinaus hat der Wickelrucksack zwei Seitentaschen zur Aufbewahrung von Getränken, Regenschirmen oder Feuchttüchern. Ein weiteres Fach an der Seite eignet sich zum Verstauen des Portemonnaies oder Handys. Andere Ausstattungsmerkmale des Bertop-Rucksacks sind Nasstrockenfach Geheimfach Verstellbare und gepolsterte Schultergurte Gepolsterter Rückenbereich USB-Anschluss Das Geheimfach befindet sich am Rücken und ist verwendbar, um Wertgegenstände zu verstauen. Der USB-Anschluss dient, in Kombination mit einer Powerbank, zum Aufladen des Smartphones. Im Lieferumfang des Wickelrucksacks befinden sich zwei Kinderwagengurte und eine Wickelauflage. Der nächste Produkt ist Viedus Wickelrucksack. Der Viedus Wickelrucksack bietet ein Fassungsvolumen von 23 Litern. Er soll aus hochwertigen Materialien bestehen. Gemäß Hersteller ist das Modell pflegeleicht und fasserdicht. Es steht in den folgenden sechs Farben zur Verfügung. Der Rucksack ist mit 14 Taschen ausgerüstet. Dazu gehören unter anderem ein Hauptfach und eine Vordertasche. Sie lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Das Hauptfach verfügt über mehrere Innentaschen und soll sich weit öffnen lassen. In der Vordertasche befinden sich eine Netztasche und drei Flaschentaschen. Die Flaschentaschen sind isoliert und dienen laut Hersteller zum Warmhalten von Fläschchen. An der vorderen Tasche befindet sich ein weiteres Fach, das ebenfalls mit einem Reißverschluss verschlossen wird. Daneben ist der Wickelrucksack von Viedus mit einem Fach auf der Rückseite und seitlichen Fächern ausgerüstet. Die seitlichen Fächer eignen sich für Getränke und Feuchttücher. Zum Lieferumfang des Viedus-Rucksacks zählen zwei Kinderwagengurte und eine Wickelauflage. Die Wickelauflage ist nutzbar, um die Windel des Kindes unterwegs zu wechseln. Was ist eine Kinderwagenbefestigung? Mit der Kinderwagenbefestigung können Eltern den Wickelrucksack an den Bügel des Kinderwagens hängen und ihn befestigen. So ist der Rucksack jederzeit griffbereit und gut aufbewahrt. Der nächste Produkt ist Leaky Baby Wickelrucksack. Der Wickelrucksack von Leaky Baby bietet eine Kapazität von 23 Litern. Er besteht aus Polyester und ist laut Hersteller wasserabweisend. Der Rucksack lässt sich dem Hersteller zufolge weit öffnen. Dadurch soll es leicht möglich sein, die Windeln oder andere Gegenstände herauszunehmen bzw. hineinzulegen. Die Schultergurte des Wickelrucksacks sind verstellbar und gepolstert. Zudem ist das Modell mit Haltegriffen und Kinderwagengurten versehen. Als Umhängetasche ist es jedoch nicht verwendbar. Der Leaky Baby Wickelrucksack ist mit 19 Taschen ausgestattet. Dazu gehören unter anderem zwei Seitentaschen für Getränke oder Feuchttücher und eine Vordertasche. In der Fronttasche befinden sich zwei Fächer für Babyflaschen. Sie sind mit einer Isolierung aus Aluminiumfolie versehen und sollen die Getränke warm bzw. kalt halten. Außerdem verfügt der Wickelrucksack von Leaky Baby über einen Reißverschluss auf der Rückseite. Er bietet einen Zugang zu den Windeln im unteren Teil des Rucksacks. Im Lieferumfang befindet sich eine Wickelauflage. Sie ist 60 cm lang und 30 cm breit. Was ist ein Diebstahlsicherungsfach? Das Anti-Diebstahlfach verhindert ein schnelles Zugreifen von Langfingern auf die Wertsachen. Das Fach ist so platziert, dass es von außen nicht sofort erkennbar ist, meist auf der Innenseite eines Rucksacks. Dies hat einen großen Vorteil im Vergleich zu einer Außentasche beispielsweise. Das Fach eignet sich, um zum Beispiel das Handy oder den Geldbeutel sicher aufzubewahren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Lässig Glam Goldi Backpack Wickelrucksack. Der Lässig Glam Goldi Backpack Wickelrucksack wird aus Polyess gefertigt. Er ist vegan und wiegt 1,24 kg. Seine Abmessungen lauten 30 cm Länge, 17 cm Breite und 36 cm Höhe. Der Rucksack hat ein laut Hersteller großes Hauptfach, das mit einem Reißverschluss verschlossen wird. Auf der Vorderseite befinden sich zwei weitere Reißverschlussfächer. Als Rucksack, Handtasche und Umhängetasche nutzbar. Der Glam Goldi Backpack ist nicht nur als Wickelrucksack verwendbar. Dank seiner Henkel kann er auch als Handtasche zum Einsatz kommen. Zudem befindet sich in seinem Lieferumfang ein Tragegurt. Er ist in der Länge einstellbar und ermöglicht es, das Modell als Umhängetasche zu nutzen. Neben den äußeren Taschen ist der Wickelrucksack von Lässig mit einigen Innenfächern ausgerüstet. Er verfügt über eine Stiftehalterung, ein Handyfach, einen Schlüsselfinder und eine Gläschenhalterung, die entnehmbar ist. Zu seiner weiteren Ausstattung zählen. Flaschenhalter Der Flaschenhalter ist isoliert und lässt sich aus der Wickeltasche herausnehmen. Er ist 24 cm hoch und hat einen Durchmesser von 9 cm. Wickelunterlage Die Wickelunterlage ist gemäß Hersteller wasserabweisend und hat folgende Abmessungen. 65 cm Länge, 33 cm Breite und 0,5 cm Höhe. Kinderwagengurte Mittels der Kinderwagengurte besteht die Möglichkeit, den Rucksack an einem Fahrradanhänger oder einem Kinderwagen anzubringen. Weiterhin ist der Rucksack mit einem laut Hersteller wasserabweisenden Feuchtfach und einer Utensilientasche ausgerüstet. Er steht in drei Farben zur Verfügung. Dazu gehören Anthrazit, Rosa und Mint. Der nächste Produkt ist Zysili Wickelrucksack Lässig Glam Goldi Backpack Wickelrucksack. Der Zysili Wickelrucksack ist laut Hersteller durchdacht und funktionell. Wichtige Dinge wie Windeln, Feuchttücher, Kleidungsstücke, Spielsachen, Handy, Geldbeutel und Schlüssel finden darin ihren Platz. Der Wickelrucksack ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Der USB-Ladeanschluss ermöglicht es, das Handy mittels einer Powerbank jederzeit und überall zu laden. Im Innern des Wickelrucksacks befindet sich ein praktischer Schlüsselaufhänger, an dem Eltern den Hausschlüssel sicher befestigen können und nicht im Rucksack suchen müssen oder gar einen Schlüsselfinder benötigen. Die Schultergurte sind einstellbar und gepolstert. Dadurch soll der Rucksack angenehm zu tragen sein. Die zwei isolierten Fächer eignen sich, um aufgewärmte Flaschen über mehrere Stunden warm zu halten. Im Sommer sind sie zur Aufbewahrung kalter Getränke geeignet. Die Öffnung des Rucksacks ist extra groß gehalten, damit die Babysachen gut sichtbar und mit einer Hand griffbereit sind. Der Wickelrucksack ist mit Kinderwagengurten zum Aufhängen am Griff des Kinderwagens versehen. FAQ verfügt der Zysili Wickelrucksack über einen USB-Anschluss? Ja, ein USB-Anschluss ist vorhanden. Ist eine Wickelunterlage dabei? Nein, eine Wickelunterlage ist nicht im Lieferumfang enthalten. Besteht der Reißverschluss aus Kunststoff oder aus Metall? Der Reißverschluss besteht aus Metall. Gibt es den Rucksack in mehreren Farben? Ja, der Zysili Wickelrucksack ist in Grau und Schwarz erhältlich. Wie viel Fassungsvermögen bietet der Wickelrucksack? Der Zysili Wickelrucksack hat eine Kapazität von 25 Litern. Weniger Anzeigen erhältlich. Gibt es den Rucksack-Check mit zwei kostenlosen Lendenzwecken? Der Nächst можем aus einsetzen. Esk uもウ knäuerômbel�ob�도 gewinnen als einzuswerkstellungs Projekt. Der Nächstes Produkt in unserer Liste ist Kaumei Wickelrucksack. Der Nächste Produkt in unserer Liste ist Kaumai Wickelrucksack. Der Nächste Produkt in unserer Liste ist Kaumini PULIDER Wickelrucksack. Der Nächste Produkt in unserer Liste ist Kzni PULIDER Wickelrucksack. Ihr Nächste Produkt in unserer Liste ist Kaumai Wickelrucksack. 3 practiced MDEN Der nächste Produkt in unserer Liste ist Pippi-Bär-Doppeldecker-Wickelrucksack. Der nächste Produkt ist Lovefog Babybed-Wickelrucksack. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.